Was bist du? Du bist ein... Wut-Hörer-Sch! Wir machen das Altbekannte... Momentan... Nee, du docks lieber. Fähigkeit... Ausdauer... Da kreischen auf Thürer wieder ein Marsch, aber immer nur auf Thürer. Was mich freut, weil Thürer... ...mit die ungefählst die Person ist, weil... ...naja... Irgendwie Schaden macht es ja nicht zum Glück. Oder eher nicht zum Glück. Entzug? Nee. Ich muss mal ersparen. Außer mit ihm. Er hat genug. Ah, ja, ja. Früher dachte ich so nach dem Motto, entweder... ...Medicus oder Bart, aber beides kombiniert ist ja auch keine schlechte Idee, wenn man drüber nachfällt. Sieben Schaden, ist aber ein Witz. Wie macht Kalupen ein bisschen mehr? 19, das von dem Foe. Das Foe-Kubwaffeln lohnt sich wirklich. 16 und 10 und... ...Eis. Ach, das ist immer so voll, ey. Einmal Eis mache ich noch, danach kommt alles mit normalen Angriffen durch. Ich muss euch da mal zeigen, wie tief die Dinger eigentlich im Monster-Lexikon stehen. Das ist wirklich... Ach ne, ich wollte ja kein Eis mehr aktivieren. Ach, du Schatze. 2... Warum macht Kalupen plötzlich weniger Schaden als der Rest der Leute? Der ist ja mal kaputt gegangen. Ach ja, Heilen 3 habe ich ja, wie man, schon die Segenthalen gelernt. Aber irgendwann... Und ich habe es noch nie benutzt, dass die Sache ist, die... Es kostet 20 Mana und es heilt einen Charakter voll. Und das ist momentan von der Leistung her nicht wirklich effektiv. Ich lerne momentan deshalb, damit ich wiederbleiben lernen kann. Was eben auch schon wichtiger ist. Kannst du mal sterben? Ja, Kalupen... Bla 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 bla... Fünf... Hat er gerade im Teil wo echt nur acht Schaden gehört? Ich bin erstaunt. Ach, kann ich nicht mal level up. Okay... Diese Tür markieren wir uns schnell. Gucken wir mal die Karte an. Ging es hier nur noch weiter? Ich glaube, nach rechts komme ich gerade gar nicht, oder? Wir haben diese Tür. Ging es da echt noch weiter? Ich glaube, rechts war Ende, oder? Ja, hier war Ende. Das heißt, ich komme gar nicht weiter in Stopp-Wert Nummer 3. Oder war da unten im Weg noch etwas? Schauen wir mal noch einmal an. Sogar rieb probably qui- schon mal rein? so viel Schaden hier errauen, aber es ist ja verkraftbar. Das ist immer mehr als tödlich gewesen. Show- wie war ich hier noch mal nicht mal? ich war sogar schon in der Mitte 6 oder 7 war ich hier unten, erinnere ich mich. Puuuuh. Immerhin, wenn wir Chopper 3 durch haben. Ich müsste dann irgendwo wieder nach oben zum Speichern, aber... Naja. Die Hauptsache ist ja, dass ich euch mal das ganzen Stoffwerk einzeln zeige. Ok, da waren nur die Rohstoffe. Oh, haha. Ah, ein Punkt sogar mit Präventionsangriff. Stups? Was? Das würde ich nicht sterben hier. Spätestens... Spätestens jetzt! Alles druff! Dufter Klatschke 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 Alles und Drude Was ist eigentlich ein Drude? Drude, ein Ding mit roten Haaren und eine Puppe in der Hand Was soll das sein? Ich kann es zum Beispiel da auch steuern, aber Ich dachte, es wäre ein Druide, weil Druide ist mir im Begriff, Drude, sagt mir gar nichts Ja, hier Lelelelelelelelele Jetzt wollen wir ja immer noch da unten durch Hier muss ja irgendwas sein Ah, da geht es aber nach oben Monster, aber eine fette Truppe schon wieder Meine Fresse Ich würde ja lieber Kokuto City iren, aber Die Sache mit den Mana So, blöd Ja, stirb So, bei Kaljub kann ich OneHitten, wenn sie will und sie will okay, damit bin ich offiziell in Staffel Nummer 3 fertig oh nein, ich hasse dich, verpissst euch ich dachte hier unten ruhig vor, äh, Ruhe von Ruhe vor euch mal ein bisschen hier äh, wer es noch nicht wusste, hier hinten ist die Treppe zu Stockwerk für PVS aber steckt ohhhh auf dieل das markier' ich mich noch schnell, auch wenn ich mich mal merken kann was haben wir hier schwarzes Maul des Abgrunds als heulen der Wölfe schallt aus, der färgert zu euch hier rüber als ihr euch weiter durch den Wald schlagt Ihr wildes Knurren halt durch die Bäume. Plötzlich fallen euch Klatschkas Worte ein. Sie warnt euch vor einem schauerlichen Ort, an dem aggressive Wölfe hausen. Dennoch schreitet ihr voran. Der Gefahr durch angreifende Wölfe seid ihr euch wohlbewusst. Eieieiei, wir sehen momentan... 1, 2, 3, 7 Fos. Und eine der Besonderheiten an den Wölfen ist... Ich komme aus meinem HP. Die würde ich nun mal nicht mal voll machen. Oh ne, es passt alles. Na, kommt der erste Wölfe? Das und das, das. Bleibt doch stehen. So, der erste Kampf gegen einen Wolf. Wolf. Ich weiß nicht, ob die eigentlich über die gegen Eis anfällig sind. Bisher war das gegen eine komplette Verschwendung, außer gegen Plattenkäfer, wo die E-Mit-U-Hit-A-L-A-G-O-N-Hit sind. Die waren, glaube ich, nicht ganz so schwer, muss ich sagen, vom Schaden. Äh, okay. Na gut, immerhin, 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 immerhin bin ich, das auch ungemacht. 20, ja, das ist gut. Ja, machst du den Weg, du mal... Man sieht auf der Karte, dass alle Force gerade rot gewonnen sind. Das heißt, solange ich kämpfe, werden sie aggressiv und versuchen, in den Kampf einzusteigen. Oh, gut, dass ich geblockt habe. Gut aus, aber. Das brauche ich. Ich würde jetzt versuchen, den Kampf nur lange auszuhalten, bis dieser weitere Force unten kommt, damit ich gebufft in den Kampf steigen kann. Das sollte aber angesichts des Schadenskurzenten, die ich hier an dem Tag liege, kein großes Problem sein. Nämlich Null. Gleich nach Muti-Sachen bin ich erträglicher. Mein Türo braucht kein extra EP. Äh, HP. Hab ich wohl auch schon verschanzen müssen? Nein, ist schon mal. Ach ja, Schutz wurde gespielt. Naja, der hatte eh keinen so großen Effekt. Du hast noch genug HP. Dabei haben die eigentlich gar nicht so viele Inverletzungen gut zwischen. Groti. Groti. Ah, Eis-Magie enttäuscht mich hier. Von Tag zu Tag mehr. Ach. Nein. Nein, einfach drauf. Eis- Ah nein, ich sollte hier noch nicht Eis machen. Geweilt mit Vakoti. Ah, knapp. Ein weiterer Wolf, wie man sieht. Ich meine, habe ich den ersten so gut wie Platten bekommen. Aber da wir jetzt gebraucht sind, mit was allem Schutz, Ausdruck und Mut, gehen wir gepflegt weiter. Autsch, Autsch. Ja. Wirst du mal sterben? Du lebst noch? Ist das ein Witz, oder? Abwehr. Gut. Selber war die... Selber war die richtige Wahl. Wölf, 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 Wölf. Da kommen noch mehr Wölf, oder? Oh mein Gott, was habe ich da angestellt? Oh mein Gott! Das ist ein scheiß Dreck. Okay, ich muss alles geben, was ich habe. Moral aktivieren. Fähigkeit, Entzug auf dich. Eingriff auf dich. Du machst Korkutus. Du machst wieder einmal Salve. Und mit dem greife ich ihn ein. 50 Schaden. Achso, war der Entzugs-Skill. Ich hätte auch einfach Eis mit ihm kümmern. Komm, 50 Schaden macht das Matkurudus, dann wenigstens. Das ist ein sieh. Bin самых fucks. Binешь Dreck. Schaden auf Fart. Hoiber sein. Beinu forty ist sein.